estv videos aus der region hallo und herzlich willkommen zu estv mein name ist janina dreis und ich bin heute hier im klinikum in esslingen zu einem informationsabend für werdende eltern und da ich ja selbst schwanger bin ist das für mich besonders spannend ich werde aber gleich nicht nur beim vortrag dabei sein sondern auch meine fragen stellen können im interview mit frau doktor bieler sie ist leitende oberärztin für geburtshilfe und ich freue mich sehr auf den gemeinsamen abend jetzt sind auch schon zwei stunden rum denn wir hatten ja nicht nur den vortrag sondern wir waren auch gerade in einem kreißsaal und auf der wochenbettstation zusammen mit frau doktor bieler und einer hebammenkollegin es war jetzt ein ganz toller abend wo man sich auch so ein bisschen austauschen konnte wir waren circa 30 schwangere plus partner und ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten fragen zusammen geschrieben die ihnen auch heute abend gestellt wurden und zwar vielleicht können sie einfach mal mit den basics beginnen wie viele kreissäle oder entbindungsräume haben sie denn und wie sind denn diese ausgestattet also wir haben hier in esslingen am klinikum esslingen fünf kreissäle die sind so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut ein kreißsaal hat eine gebärwanne so dass man eben auch eine wann geburt machen kann die anderen kreissäle haben die nicht aber wir haben noch weitere zwei räume in denen auch reguläre badewannen sind so dass man einfach wenn man mal ein bisschen entlastung möchte gegen die schmerzen auch einfach da baden kann ansonsten ist es so dass in jedem kreißsaal ein kreisbett ist das kann man auch umbauen jemand je nachdem wie man es gerade braucht dass man kann das flachstellen oder man kann das kopfteil höher stellen so dass man sich in vier füßler dahin stellen kann wir haben über dem kreisbett so eine so ein tuch an dem man sich dann auch je nachdem festhalten kann wir haben in jedem kreißsaal einen petzi ball wir haben einen hocker wir haben eine matte wo man sich auf dem boden auch je nachdem in welcher position man sich gerade wohl fühlt und das muss man auch nicht am anfang vor der geburt entscheiden wie man sich wo wohl fühlt sondern man kann das alles ausprobieren und dann entscheiden und je nachdem auch die positionen wechseln unter der geburt wie es sich gerade richtig anfühlt von der materiellen ausstattung kommen wir mal zur personellen wie sieht es denn da aus wie viele hebammen oder ärzte sind denn immer vor ort ja wir schauen dass wir tagsüber möglichst drei hebammen vor ort haben also meistens im frühdienst drei im spätdienst drei oder zumindest im frühdienst zwei und im spätdienst zwei und dann aber eine im zwischendienst die eben dann auch die ja hauptverkehrszeit nenne ich sie jetzt mal abdeckt und in der nacht sind zwei hebammen da ärzte haben wir immer drei also zwei assistenten ein bisschen erfahrenere ein nicht so ganz erfahrener und ein oberarzt jetzt von den gynäkologen und geburtshelfern dann haben wir immer zu jeder zeit kinderärzte im haus wir haben immer zu jeder zeit anästhesisten also narkoseärzte im haus so dass wir auch jederzeit wenn wir auch mal ungeplant hilfe brauchen von der kinderklinik oder von der anästhesie jemanden haben der sehr schnell auch da sein kann was sehr beruhigend ist genau eine sehr wichtige frage oder auch das thema schmerz linderung das kommt natürlich auch bei jedem ihrer informations abende jetzt hatten sie auch vorhin das lachgas erwähnt was ja auch nicht jede klinik hat können sie da auch noch mal drauf eingehen welche möglichkeiten habe ich denn bei ihnen wir haben ganz unterschiedliche möglichkeiten zur schmerztherapie angefangen erst mal mit auch homöopathischen mitteln die wir da haben mit akupunktur zum beispiel tänzgeräte daneben die vorhin schon angesprochene badewanne die auch sehr erleichternd schmerz erleichternd wirken kann und auch sehr angenehm sein kann dann haben wir schmerzmittel so das bekannte wie paracetamol zum beispiel das kann am anfang auch noch helfen dann auch opiate also die stärkeren schmerzmittel die man als infusion über die vene geben kann dann das von ihnen gerade angesprochene lachgas was von vielen patienten auch sehr gerne genutzt wird weil das schöne ist dass es dass sie es selber dosieren können indem sie mit der maske das lachgas einatmen und es dann relativ schnell seine wirkung zeigt und wenn man damit aufhört es zu atmen ist aber innerhalb von drei minuten auch man sich wieder ganz ganz normal fühlt es gibt patienten die kommen super gut damit klar es gibt andere die finden es nicht so toll wenn lachgas jetzt nichts für sie ist zum beispiel sie können das ja auch ausprobieren und dann entscheiden müssen sie auch nicht im vorhinein schon wissen dann haben wir sonst auch noch die möglichkeit eine pda zu legen also dann quasi so dass sie durch unsere narkoseärzte ein pda bekommen und dann da gute schmerzerleichterungen dann auch haben das war nicht auch das schöne an ihrem info abend dass sie gesagt haben man darf sich immer wieder um entscheiden neu entscheiden man muss sich nicht im vorfeld festlegen weil man ja vielleicht noch gar nicht weiß wie eine geburt so abläuft sie hatten auch gerade die wassergeburt angesprochen können sie darauf noch mal eingehen wird das oft in anspruch genommen und welche erfahrungen haben sie damit gemacht ja also die meisten geburten sind tatsächlich keine wassergeburten es gibt hebammen die machen das sehr gerne es gibt andere die machen es nicht so gerne und es gibt patienten die machen sehr gerne und andere nicht es gibt auch patienten die sich im vorhinein zum beispiel überlegen sie hätten gerne eine wassergeburt sind dann in der badewanne und stellen fest irgendwie ist es gar nicht meins dann gibt es andere die erstmals zu schmerzerleichterung in der badewanne sind feststellen ich finde es jetzt gerade richtig toll und eigentlich möchte ich nicht raus aus der wanne dann machen wir da auch gerne eine wassergeburt und für das kind ist es auch sehr schön wenn es da im wasser geboren wird dann auch wenn natürlich keine frau hofft dass ihr kind dahin muss aber sie haben ja das perinatalzentrum level 1 können sie dazu noch mal etwas sagen genau also ich hatte ja vorhin schon erwähnt wir haben die kinderklinik direkt tür an tür zu unserem kreißsaal und unserer wochenstation und da ist es so haben sie auch schon erwähnt wir hoffen dass wir diese kinderärzte nicht benötigen aber jetzt mal angenommen es ist im vorhinein etwas bekannt oder es ist etwas ungeplantes oder sie kommen dann mit wehen schon relativ früh viel früher als sie eigentlich entbinden wollen würden oder sollten dann ist es so dass unsere kinderärzte ab der 22 plus 0 schwangerschaftswoche diese frühchen dann auch betreuen können und sie dann eben auch tür an tür mit ihrem kind hier in bei uns in der klinik sein können jetzt kommt ja auch immer mehr das thema nabelschnur blut oder auch gewebe einfrieren das ist ja auch so eine entscheidung das muss ein paar für sich selbst treffen aber gibt es denn hier überhaupt die möglichkeit das durchführen zu lassen nach der entbindung ja es gibt ja bestimmte firmen die das anbieten also zum beispiel vita 34 mit vita 34 haben wir einen vertrag so dass patientinnen die sich vor der geburt entscheiden also sie müssen den vertrag quasi mit vita 34 im vorhinein abgeschlossen haben und dann ist es so dass die patientin eine box mit nach hause geschickt bekommt in dem in der alles drin ist was man für die nabelschnur blutentnahme benötigt und das bringt die patientin zur geburt mit so dass wir dann nach der geburt die nabelschnur blutentnahme dann durchführen und dann an vita 34 schicken dann kommen wir auch zur letzten frage wir sind ja jetzt schon nach der geburt können sie noch mal auf das familienzimmer eingehen und natürlich auch die frage kann ich eine stillberaterin bei ihnen in anspruch nehmen ja dass das familienzimmer wird bei uns sehr gerne in anspruch genommen weil es einfach für die für das junge für die junge familie die möglichkeit bietet sich erst mal zusammen kennen zu lernen da ist dann eben die frisch gebackene mama mit partner oder partnerin und dem baby und dann können die sich einfach erst mal ja in geschütztem rahmen kennenlernen mithilfe der pflegekräfte und hebammen die wir da dann haben und es gibt bei uns auf der wochenstation stillberaterinnen die dann eben auch täglich in anspruch genommen werden können wenn man da fragen oder still probleme hat es ist aber auch so dass unsere pflegekräfte und hebammen die auf der station jetzt nicht als stillberater sondern als pflegekräfte zuständig sind auch alle eine ausbildung haben und sich mit stillen auskennen also auch die können viele fragen dann schon beantworten ja dann vielen dank frau doktor bieler für den vortrag die führung und natürlich auch das interview euch natürlich auch ein herzliches dankeschön fürs zuschauen ich bin janina dreis und ich freue mich schon auf die nächste sendung mit euch bis bald